So, alle Leute, verpasst auf gar keinen Fall den morgigen Livestream um 18 Uhr. Also Sonntag, der 7.10., da werde ich GoFig2 mit einem besonderen Gast livestreamen, und zwar... Ähm, ja, für alle, die mich noch kennen, ich bin der Catanjo und hab schon bei GoFig3 mitgerührt. Und Jason kam letztens mit der Idee, lass uns einen Livestream zu GoFig2 machen, und zwar zusammen. Yo, yo, ho, wieder vereint. Yo, dann werdet ihr also unsere beiden Fratzen in der rechten unteren Ecke sehen, und könnt euch klapplachen über den Scheiß, den wir schon geplant haben. Oh ja, dann geht's ab. Und, ja, verpasst ihr bloß nicht? Du hast nichts mehr zu sagen, oder? Ach, eigentlich nicht. Nur, dass Streitigkeiten und Uneinigkeiten vorprogrammiert sind. Oh ja, er kriegt derwe aufs Maul. Haha. Äh, ja, dann bis morgen, ne? Alles klar. Ciao. Ciao.